Wer die Story von Just Cause 3 durch hat, ist noch lange nicht am Ende angelangt. Denn das Actionspiel bietet eine Art New Game Plus Modus. Damit lassen sich bereits befreite Basen jederzeit wieder in den Ausgangszustand zurückversetzen. Dazu müsst ihr auf der Weltkarte das Icon der entsprechenden Siedlung mit der rechten Maustaste anklicken oder per Gamepad-Taste markieren. Im Menü wählt ihr dann den Punkt Wieder unterdrücken und Schnellreise. Anschließend sind nicht nur alle Feinde des Außenpostens wieder da, auch die zerstörbaren Objekte wie Benzintanks und Stromtransformer feiern ein Comeback. Für den New Game Plus Modus müsst ihr die Kampagne aber einmal durchspielen. Nach der letzten Mission erscheint dieser Bildschirm. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr nach Belieben an bereits befreite Orte zurückkehren und sie erneut angreifen. So lässt sich die Spielzeit praktisch unendlich verlängern. Eure zuvor freigeschaltete Ausrüstung behaltet ihr dabei natürlich. Auf diese Weise könnt ihr immer wieder mit neuen Möglichkeiten der Zerstörung experimentieren und kreative Wege finden, um spektakuläre Kettenreaktionen auszulösen. Kettenreaktionen 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 Kettenreaktionen